Heyo, hier ist Ronja und wir gucken heute eine weitere Folge von Echt passiert, weil ihr das aus irgendeinem Grund richtig gerne mögt und alle sagt, mach noch eine Folge, mach noch eine Folge, mach noch eine Folge. Euer Wunsch ist mir befehlt, deswegen gibt es selbstverständlich noch eine Folge. Falls ihr die letzte Folge Echt passiert nicht geguckt habt, verlinke ich euch die wie immer hier oben beim i und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar mit dem Klassiker, ich höre die Gedanken anderer Leute. Vielleicht ist es ja wirklich ein Mensch, der die Gedanken lesen kann. Vielleicht können wir von ihm lernen heute, wie wir Gedanken lesen können. Das wäre doch mal was, ha? Das wäre doch was. Okay, auf geht's. Hallo, mein Name ist Harry. Hallo Harry. Jetzt werdet ihr bestimmt überrascht sein, was ich zu sagen habe. Du kommst nicht aus, wie heißt das Ding bei Harry Potter, das Schloss? Äh, Hogwarts? Du bist kein Zauberer, Harry? Wieso lügst du uns an? Ich kann die Gedanken der anderen Menschen hören. Aber leider ist das der Fall. Ja, ihr habt richtig gehört. Leider. Es ist nicht cool zu wissen, was andere in ihrem Kopf denken. Doch, denke ich schon. Und egal, wie sehr ich mich bemüht habe, diese Gabe loszuwerden, ich konnte nichts dagegen tun. Harry! Es begann alles in der Kindheit. Meine Mutter hat gerne gezaubert. Wie jetzt? Okay, sorry. Ich nehme alles zurück. Harry ist doch ein Zauberer. Ich wollte gerade sagen, ja, er ist kein Zauberer. Das ist natürlich schade. Wir sind alle enttäuscht wegen dem Namen. Aber denkste, er ist ja doch einer. Also, alles gut. Alles gut. Wir sind wieder auf Fahrt. Soweit ich mich zurückerinnern kann, hatten wir zu Hause einen speziellen Raum für ihre Rituale. Sie hat die Zukunft hervorgesagt. Aus Kaffee. Tobi? Was ist? Willst du auch die Zukunft vorhersagen? Okay, also Harry's Mom hat die Zukunft vorhergesagt. Die Karten oder der Hand sprach mit den Toten. Und wie die Leute es gesagt haben, hat sie immer richtig gelegen. Wirklich? Ich hatte keinen Vater. Oder besser gesagt, er hat uns verlassen, bevor ich geboren wurde. Meine Mutter sagte, dass sie auch dieses Ereignis hervorgesehen hatte. Wirklich? Und bereit war, ihn gehen zu lassen. Sicher, Harry's Mom. Sicher. Sind wir uns hier wirklich, wirklich, wirklich sicher, dass Harry's Mom eine Zaubererin ist? Zaubererin? Zaubererin? Wie heißt das? Hexe. Ich glaube, es gibt kein Wort zu Zauberer. Ähm, gibt es, also, sind wir uns sicher, dass Harry's Mom eine Hexe ist und nicht Alkoholiker? Substanzabhängig? Not sure. Er sah sogar das genaue Datum seiner Abreise und schrieb ihm vorher einen Abschiedsbrief und steckte ihn in seine Jackentasche. Tatsächlich ging er auch in dieser Jacke und erschien nie wieder. Meine Mutter sagte... Aber woher wissen wir denn dann, dass... Also... Das halte ich für eine Lüge. Auf dem Zettel würde eine Adresse stehen. Genau die Adresse, wo wir später wohnen würden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mutter, du kannst ja auch einfach sagen, ich habe ein Haus gekauft. Oh ja, an der Adresse werden wir... Also, ich glaube dem Ganzen nicht, ja? Ich glaube nicht an Zauberei. Ich entscheiden würde, zurückzukommen. Ich fragte sie, warum sie ihm geholfen hatte. War sie denn nicht sauer, dass er sie, während sie schwanger gewesen ist, verlassen hatte? Dann sagte sie, dass sie ihm nicht geholfen habe. Meine Katzen machen gerade Harakiri. Es tut mir sehr leid, ja? Also, falls ihr die ganze Zeit Gerenne im Hintergrund hört... Das sind meine Katzen. Die können... Die waren die ganze Zeit ruhig, ja? Die waren die ganze Zeit ruhig. Es ist jetzt kurz vor elf. Ich fange an aufzunehmen. Und die sind so, ja, let's go! Kämpfen! Warum? Chovi, Nala, warum? Nur den Prozess etwas leicht beschleunigt. Sie wusste, dass mein Vater früher oder später nach uns suchen würde, weil sein Leben einfach nicht gut laufen würde. Er wird heiraten und Kinder haben wollen. Und er würde oft an Mama und mich denken. Aber es wird nichts daraus werden. Der Grund dafür ist, er würde keine Kinder mehr bekommen können, weil er es einfach nicht mehr kann. Ich brauchte einen Moment, um ihn zu verstehen. Das ist auch eine nice Logik. Er kann es nicht mehr. Warum? Weil er es einfach nicht mehr kann. Top-solid-Argument. Also, da kann man wirklich nichts gegen sagen. Was meine Mutter damit meinte, dass mein Vater unfruchtbar wurde. Und nein, es ist nicht die Magie meiner Mutter. Es war einfach sein Schicksal. So kamen viele verschiedene Leute in unser Haus, die meine Mutter in ihrem Zimmer empfing. Alle hatten Probleme. Sie wollten Geld, wollten Ruhm, Kinder, Krankheiten beseitigen, einen Zauberspruch machen, töten, wiederbeleben. Töten? Nice! Kommt jemand hin zu einer Hexe und ist so, was kann ich heute für sie tun? Boah, echt gern würde ich jemanden töten. Kann ich ganz ehrlich sagen. Und danach kommt er zwei Wochen später, ich muss ihn wiederbeleben. Sorry, war die falsche Person. My bad, hat mich geirrt. Freulichkeit zurückbekommen. Ein Mann finden. Sogar die Akne loswerden. Jeder hatte andere Wünsche. Und manchmal brachten sie mich auch zum Lachen. Also, wenn du deine Akne loswerden willst, dann geh doch zum Hautarzt. So habe ich es gemacht. Können ja nämlich helfen. Die haben da Medikamente gegen. Ich war mal neben meiner Mutter als Assistent, um Kerzen anzuzünden, Wasser zu bringen. Denn so zeigte mir meine Mutter wirklich ihr Handwerk. Um ehrlich zu sein, es hat uns viel Geld eingebracht. Und es bedurfte weder eines Patentes noch Steuern. Also bekam sie sauberes Geld. Noch Steuern? Erstmal ganz piano, Harry. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das Finanzamt da auf deiner Seite ist. Aber okay. Und arbeiteten für uns selbst. Wir hatten keine festen Preise. Die Leute brachten so viel mit, wie sie konnten. Jemand brachte uns sogar Kleidung, Tee und Essen. Wir haben nichts abgelehnt. Ohne, dass ich es wusste. Greedy. Wir haben nichts abgelehnt. Alles, was die Leute uns entbehren konnten, wir haben alles genommen. Wir haben ihnen alles entrissen. Das letzte Hemd. Den letzten Beutel Tee. Ich gegen meinen Willen die Magie. Ich wollte keine Zaubertricks kennenlernen, weil ich dachte, dass es ewig dauern würde. Irgendwann wird sich etwas ändern. Oh, er hatte keinen Bock zu lernen. Er war einfach faul. Und leiden, weil ich nicht weiß, was ich anderes tun soll. Aber meine Mutter prophezeite mir, dass ich noch stärkere Zauberkräfte bekommen würde, als sie selbst. Sick. Wenn du lernst, sie zu kontrollieren, wirst du unverwundbar sein, sagte sie. Let's go, Harry. Ich verstand ihren Eifer nicht, als ob sie es eilig hätte, mich zu unterrichten und mich auf etwas vorzubereiten. Achtung, Spoiler, die Mutter wird sterben. Ist meine Theorie. So wie es klingt. Ich war sogar noch wütend darüber. Und dann, plötzlich, war sie zwei Jahre später verschwunden. Oh. Schlaganfall. Oh. Ich wusste es auch. Leute, ich bin auch hellseher. Ich kann zaubern. Ich muss keine Steuern mehr zahlen. Harry, lass dir mal kurz erklären, was ein Schlaganfall ist und wie er entsteht. Ich habe es nicht verstanden. Und ich wollte es auch nicht glauben. Ich kam mit Lichtgeschwindigkeit im Krankenhaus an. Ich dachte, ich würde vor Trauer verrückt werden. Ich weinte. Ich weinte, wie ich noch nie in meinem Leben geweint habe. Ich war verängstigt und einsam. Ich konnte nicht glauben, dass mir das passiert ist. Ich musste sie alleine begraben. Wir hatten niemanden außer uns selbst. Ich erinnere mich noch, wie ich auf ihr Grab fiel und weinte. Ich weinte so lange, dass mir der Kopf wehtat. Und dann schlief ich auf dem Grab ein. Ich wollte nicht nach Hause gehen, an einen Ort, der leer war, als ich meine Augen dann öffnete. Dieses Thaddeus-Bild. Was fehlt dieser Geschichte noch? Was fehlt noch? Einmal Brainstorming hier in der Runde. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Wir können ein Bild aufhängen. Oh ja, Bild. Gute Idee. Was für ein Bild? Du. Ich habe da so ein Meme von Thaddeus gesehen mit so dickeren Lippen und mehr als Mensch. Da, sehr gut, sehr gut. Das nehmen wir ihr zwei. Ihr setzt euch da dran. Ihr macht das. War es spät in der Nacht. Ein Bild meiner Mutter erschien vor meinen Augen. Oh mein Gott, rief ich vor Schreck und fiel zu Boden. Geist. Ich konnte es nicht glauben. Ich schloss meine Augen und schüttelte den Kopf. Ich konnte es auch nicht glauben. Aber das Bild von meiner Mutter verschwand nicht. Wie jetzt? Entwickel deine Gabe. Entwickel deine Gabe. Ich machte mir fast in die Hose. Oh mein Gott, das ist der Horror, weil sie mit den Seelen der Toten arbeitete. Und dann öffnete ich meine Augen. Es stellte sich heraus, dass ich ohnmächtig gewesen war. Ich atmete erleichtert auf und ging dann nach Hause. Auf dem Weg dorthin rief ich ein Taxi, stieg ein und gab die Adresse meines Zuhauses an. Okay. Während der Fahrt fragte mich der Taxifahrer, warum ich so schmutzig bin, dass ich heute meine Mutter beerdigt habe. Was? Fragte er. Ich wiederholte. Es ist die Beerdigung meiner Mutter. Deswegen bin ich so schmutzig. Der Mann sah mich misstrauisch an und fuhr schneller. Kann er mich hören? Fragte er. Wen? Fragte ich. Was? Fragte der Taxifahrer. Ich konnte seine Fragen nicht verstehen. Wie jetzt? Was ist das für eine Konversation? Wer? Wie? Wo? Was? Ich hatte starke Kopfschmerzen. Der Mann sah aber sehr verängstigt aus. Als wir zu Hause ankamen, setzte er mich ab und fuhr schnell weiter. Er nahm nicht mal mein Geld. Was für ein Spinner. Ich ging also nach Hause, badete und ging ins Bett. Kostenlose Taxifahrt. Ich schrieb ein Mordtier und ging am nächsten Tag wieder zur Schule. Ich war nicht in der Stimmung, mit irgendjemandem zu sprechen. Also steckte ich mir die Kopfhörer in die Ohren und fuhr zur Schule. Dort sprach ich mit niemandem und nahm erst die Kopfhörer ab, als der Lehrer das Klassenzimmer betrat. Wir sagen immer Hallo und setzen uns dann an. Aber heute sagte ich nicht Hallo. Ich habe mich einfach hingesetzt. Ich starrte aus dem Fenster und dachte über meine eigenen Angelegenheiten nach. Verdammte Kinder, ich habe diesen Job satt. Hätte mir der verdammte Direktor früher eine Lohnerhöhung gegeben, wäre ich auch eher bereit, zur Arbeit zu erscheinen. Ich schlafe doch nicht umsonst mit ihm, hörte ich Miss Phillips deutlich sagen. Ich bin beinahe ausgeflippt. Ich sah sie überrascht an, als ihre Handtasche durchwühlte und dann zu uns sagte, wir sollen unsere Schulbücher öffnen und unsere Hausaufgaben wiederholen. Meine Klassenkameraden Carrie wollte uns die Hausaufgaben präsentieren. Die Lehrerin schwieg und sagte dann, oh nein, nicht sie. Jedes Mal, wenn ich dein Gesicht sehe, sehe ich deine Mutter. Wenn du nur wüsstest, Mädchen, diese Sch***, meinen Freund in der Schule ausgespannt. Ja, gerne, Frau. Geh doch an die Tafel und zeig uns die Hausaufgaben. Die Jungs und ich werden dir gerne zuhören, sagte sie laut. Ich war total schockiert und beobachtete Miss Phillips. Okay, sorry, die Lehrerin ist straight up savage. Manchmal, wenn ich sie sprechen hörte, bewegte sie ihre Lippen gar nicht. Und dann wurde mir klar, das war also das fragliche Geschenk. Das ist es, was meine Mutter immer meinte. Sie wusste also alles. Dass du Gedanken lesen kannst. Weird Flex. Okay. Nicht nur meine Handflächen, überall. Ich habe überall geschwitzt. Mein ganzer Körper, nass. Wah. ... Tag für mich, denn ich konnte meine Gabe nicht kontrollieren. Ich konnte nichts mehr hören, weil sich alle Gedanken mit meinen Gedanken vermischte. Mein Kopf war zerrissen. Als ich nach Hause kam, wollte ich meinen Kopf gegen die Wand schlagen. Das hält bestimmt gegen Kopfschmerzen. Woher weißt du das denn? Woher weißt du das? Du hast den doch als Baby gesehen. Woher weißt du denn, dass das dein Vater ist? Wer macht denn die Tür auf für fremde Leute? Das könnte jetzt auch, weißt du, ein Einbrecher sein. ... und fand den Zettel in der Handschrift meiner Mutter. Der Mann erstarrte und war überrascht und sagte dann, Sohn? Ich habe ihn ins Haus gebeten und später trat... Warum klingelt denn der Vater an der Tür, wenn er nicht mal weiß, dass es der Sohn ist? Hä? Ich bin so konfus. Diese Geschichte macht gar keinen Sinn. ... und zum Abendessen. Ich wäre vielleicht überrascht oder nervös gewesen, wenn ich nicht so ungewöhnliche Tage vor dem Treffen gehabt hätte. Aber er konnte Gedanken leben. Ich war so erschöpft, dass ich ihm alles ohne Emotionen erzählte und dann ins Bett ging. Mein Vater konnte nicht glauben, dass meine Mutter tot war und er weinte sogar und bat mich, ihm zu verzeihen. Er fiel sogar auf die Knie, weil er so verloren war. Aber ich hatte die Situation, dass ich keinen Vater hatte, bereits akzeptiert und war bereit, mich wieder mit ihm einzulassen. Das ging schnell. Besser als alleine zu wohnen, schätze ich mal. ... ihn bleiben und seitdem lebt er bei mir. Es hat mir auch nichts ausgemacht, weil meine Mutter mich gebeten hatte, ihn nicht wegzuschicken. Schließlich war sie eine starke Zauberin und Hellseherin. Zauberin? Ein paar Tage später, als Papa sich etwas eingelebt hatte, bestellten wir eine Pizza nach Hause. Er aß seine Pizza und sah mich an und ich konnte hören, wie sehr er seiner Mutter doch ähnelt. Ich konnte nicht widerstehen, zu sagen, dass die Augen meiner Mutter blau waren und meine Augen sind grün, genau wie deine. Mein Vater fiel dir Pizza aus den Händen. Ich beschloss, ihm davon zu erzählen, weil ich den Rat meiner Mutter befolgen wollte und ihre Arbeit fortsetzen wolle. Nun, da mein Vater beschlossen hatte, bei mir zu leben, ließ ich ihn auch bei der Arbeit helfen. Ah, wie wett. Jetzt, da mein Vater beschlossen hatte, hier zu leben, soll er gefälligst auch Miete zahlen. Essen kaufen die Lebensmittel, und die bezahlen sich nicht von allein. Schon mal was von der Krankenversicherung gehört, die wollen auch Geld von mir. Was in seinem Leben passiert ist. Ich interessierte mich nur noch für das Hier und Jetzt. Währenddessen war mein Kopf völlig durcheinander. Es war für mich unmöglich, das Haus ohne Kopfhörer zu verlassen, denn selbst die Gedanken der gewöhnlichen Passanten verfolgten mich den ganzen Weg. Aber Kopfhörer helfen gegen Gedanken lesen. Okay, alle mal mitschreiben. Kopfhörer helfen gegen Gedanken lesen, falls einer von euch das Problem hat und ihr denkt euch die ganze Zeit, boah, es ist so laut, ich kann mich nicht konzentrieren. Einfach Kopfhörer mal probiert. Es war unerträglich schwierig. Stellt euch vor, Dutzende von Passanten, die vorübergehen, und jeder hat hunderte von Gedanken, und alle landen in meinem Kopf. Ich habe versucht, an mir selbst zu arbeiten, den Informationsfluss zu kontrollieren, aber nichts hat funktioniert. Dann habe ich begonnen, das Grab meiner Mutter zu besuchen und sie um Hilfe zu bitten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich mit der Gabe abgefunden und wollte lernen, sie voll auszunutzen. Meine Mutter erschien mir nur in meinen Träumen, und sie bat mich immer wieder, ihre Arbeit fortzusetzen. Also habe ich beschlossen, ihren Wunsch zu erfüllen. Jetzt habe ich auch die richtigen Menschen getroffen, die mir helfen, diese Kraft in mir zu zähmen. Danach werde ich den Platz meiner Mutter einnehmen und auch anderen Menschen helfen. Glaubst du an besondere... Und steuerfrei arbeiten. Nein, ich glaube nicht an besondere Fähigkeiten, Mary. Ich glaube, du lügst. Ich glaube, die Geschichte ist frei erfunden. So, aber okay. Was glaubt ihr? Glaubt ihr an übersinnliche Sachen? Glaubt ihr an so... Gedankenleser, Geister, Dinge? Oder eher nicht so sehr? Ähm, schreibt es mal in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne. Dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und, ähm, ja. Dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Ciao! Ciao!